Musik Hallo Leonie, viele Grüße aus deiner Heimat nach Schweden. Wie du siehst, haben wir uns eine kleine Überraschung für dich ausgedacht. Nach dem tollen Spiel am Mittwoch, das wir gemeinsam in unserem Vereinsamt angeschaut haben, möchten wir euch natürlich zuerst einmal zum Finaleinzug pratenieren. Hier an dem Ort, an dem alles, was uns begonnen hat, wollen wir die Gelegenheit nutzen, um dir ein paar Worte für das Finale am Sonntag nicht auf den Weg zu geben. Wir sind natürlich wahnsinnig stolz auf dich und wir hoffen, dass ihr das Ding am Sonntag packt und dass du den M-Titel mit nach Albion grinsch. Hier noch die TVA-Taktik-Tipps fürs Wochenende. Also, eigentlich ganz einfach, der Junge. Nimmst den Ball, hörst du auf die Außenverteidigung zu, ziehst zurück, ziehst nach hinten, ziehst ab, haust du dich rein und es ist einfach ein Stück ins Ball. Ich bin da drin, musst abzuhören, kann nicht mehr vorhin, pass auf dich auf. Also auch von mir natürlich alles Gute, viel Erfolg, vor allem mal jetzt nach zwei nicht ganz so Guten. Persönlich spielen ein richtig gutes Endspiel und genießen für den 50.000, alles Gute. Und hier werden wir gemeinsam eure Spieler schauen. Also Leonie, wir drücken dir die Damen!